um ja aber jetzt um ich weiß nicht was ich mit diesem Anhänger machen soll da ist ein Buch, das muss ich lesen ja, das ist das das ist das das ist das galaktische so, hab's gelesen, in Terras 8 das Ding aufgeliehen das Ding aufgeliehen das Ding aufgeliehen das Ding aufgeliehen so der dann sag mal, na, wie soll ich das jetzt machen? ja, ich muss ja noch ein Buch lesen nein, mach das ist da auch ein Buch? Das glaub ich gar nicht gesehen ja ich hab schon ein paar Seiten rausgerissen jetzt das ist das Schade nach Stufenaufstieg Belohnung, was gibt's denn hier? neue Klassenfähigkeit, Sprung Klicke, um Freischaltung anzuzeigen mhm Fähigkeiten bin ich jetzt hier ach guck mal, sag ich was neulich zu bekommen Sprung springt 20 Meter nach vorne der schaden macht blablabla wird wohl automatisch hier alles dazu gemacht Unterstützung was? automatisch neuer LRS Platz fehlter Platz okay gut zu wissen, ähm hoch weißt du? weißt du? ich dachte man kann die hin und her ziehen hier, aber offensichtlich sind die fest aber oder man kann die Leiste an die Fixierung aufheben und dann die Sachen scherzinger, klick sowieso mal hier fängst du an wie im WoW wenn die dann sagen, ja, dann holst du einfach die Tassen, nee, ich muss klicken so die 1 hat zugesagt wir sind der Anomalie immer noch nicht gefolgt ne hier hoch das ist das coole, dass man einfach immer auf die Quest klickt und dann gehts weiter jetzt laufe ich ja wieder zurück hier was ist das denn eigentlich Hilfsdrohnenstation benutzen Hilfsdrohnenstation Nürburgring und es geht was kriegst du denn nur an? was ist denn da ist so angritt ist krass bla 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 da kriegt, man hin mhm es liegt vorunterstützen nicht im ich das andere ist Siegler-Angriffsboot die Hälfte jetzt ist es ja aber hier die Anomalie das muss man anklicken ja aber man kann doch aufklicken eine seltsame Raum-Anomalie erscheint jetzt folgen und die geht hoch und da muss man hoch springen und irgendwie nehmen sie wieder hoch springen verkleidert ich hatte nun das bringt mich hoch ist ja nicht normal du musst ja bei diesem grünen Zeug stehen ja das ist natürlich jetzt weg wieso ist das weg? ich weiß nicht für mich ist es weg ich muss nochmal diese scheiß Anomalie jetzt anklicken um ich komme hier runter ich kann nur die hier runter ich kann nur die hier runter ich bin nicht unterfallen Servus Ach, das ist ja eigentlich simpler als gedacht Ja Und EP Die Beute gehört dir Oh, ein Saugengebiet Was habe ich denn jetzt bekommen? Ja, eigentlich nix Geld habe ich bekommen Guck mal hier, der Roboter gehört mir Der kleine Scanbot Ja, wie kommt man jetzt hier runter? Ja, wahrscheinlich nix Da oben ist da was Da oben ist was Ja, jetzt bin ich runtergesprungen, scheiße man Kommst du nicht hoch? Nee, jetzt falle ich nämlich komplett runter und Ups Okay, ich komme mit runter Also man kann springen, man stirbt Nee, ich hab nicht mal Leben verloren Oh, ich hab ne neue Fähigkeit Anzünden Äh, ich hab das hier Pass mal auf, guck mal hin jetzt Bleib mal da stehen Ich hab das Hahaha, das wie Krieger in WoW Ich glaub, das Spiel mag das nicht, wenn du das ständig mit WoW vergleichst Das machst du doch auch Na, bei mir ist das was anderes Ähm, genau so weiter Also Ich finde die Abschutzstelle des Luftschiffs, das ist hier lang so Guck mal, hier sind die Büffel Cool Wie in anderen Spielen? Wie in Spielen? Ja, sagt mir auch nix, hier ist die Abschutz Hier ist es los Das ist auch was Ich bin drauf Jetzt ist es schon Kommende aus Ja, du musst zum Kreppel Willen Oh auch das Bruder ich schüttel Kien so und die uns auch noch ein Ding also nur Sammeln bei mir steht abgeschlossen ich drücke C und galoschenes Arschlössersbekommen werdet ihr und gleich die nächste Kürze Klinikum so geht es schon mal los die Red oder man muss sich töten viel mehr zu tun, viel mehr zu tun und dann noch mehr zu tun viel mehr zu tun da vorne gibt es auch noch eine Kiste doch, ne? ja, und hier ha, der hat mir nicht die, hat mir gedacht du kannst wählen Geschwindigkeitsfeld Schild dazu, warte mal reaktiviert der Megatech Schild plus Schild aber Schadensminderung ist weg Geschwindigkeit ähm ach so, muss man aber nicht auswählen was ich angenommen und mach schon mit mir klauen oder was? was ich muss nicht sterben, doch ich hab noch nicht zu machen das spielen auch andere Spiele ne? geh auf den kleinen Drachen hier hm geh spinn hm ach, das ist ein Soldat, ok ach, das ist ein Soldat, ok den kann man natürlich nicht bekommen einsaugen genau du hast keine oh, meine Beute einsaugen triple kill neu erreichbar hab ich auch was ist doch jetzt der Kortex beeindruckender Jäger muss die Herausforderung bestehen bevor die Zeit abläuft müssen wir die Giftspende machen, ok? dann sollen wir vielleicht die Kaskin bevor die Zeit abläuft, müssen wir die Giftspende machen, ok? Double kill ich hab Trippel auch beides aus ok, du weißt ja ja alles hm komm, dass wir nach irgendeiner Richtung hier eine bestimmte Richtung langlaufen ja, dann du läufst links und rechts wo geht es gegen den ok, ich hole nicht mal auf die Spinner so ich brauche die ja nicht, ne? oh, jetzt hier wow was zum Fick machst du da? Hilfe also wenn du willst, verändern ist hier ja er darf, oder? triple kill ja komm, lass beide Bedarf machen, oder? ne, ich brauch das nicht jetzt hab ich Bedarf gemacht na, ist klar lass einfach immer Bedarf machen, ist doch scheißegal, ich weiß auch nicht ob ich das brauche das war ja aber für mich gar nicht nützlich, deswegen so, wie viele Spinnen brauchen wir noch? ne, steht bis die Zeit abläuft, keine Ahnung, du bist also, ich müsste jetzt vier Minuten noch hier spinnen können wirst das denn wirst du ja, wirst du das sein was, wirst du das das ach alter joh ja alter, wieso sag doch nicht mal alter, ey du bist ja auch nicht das nicht mehr ich bin alt rückwärts und scheint tot Nürnberg Nürnberg schlugmann truppe Köln so er ist irgendwelche Eier und die Marken und muss das in Ordnung hinzuhören und mannen und hier alt Prozent Prozent es gibt und viel zu uns hierher ist auch nicht Prozent die Kürtel die Neu-Ausher-Pulverisierung ja wie ein und nichts nicht mehr so zu ob das Die Ufer lag noch Beute von mir, das sieht man. Du... ... rennst irgendwie verwirrt. Ich renn irgendwie verwirrt. Also man Deutsche. Da guck, ich bin der Smasher hier. Wolltest du mich schauen? Nee, ich hab das blöd, diese Tooltips gehen aber auf, dass man einsaugen soll. Das müssen wir irgendwie mal weg mal aufstellen oder so. Und so ne fette große Spinne. Gift für Spinnenkönigin. Ja komm, haut drauf. Ja, wenn du dich immer gleich pullst, ich will ja noch... Weißt du, ich will meine Fähigkeiten anwenden. Ich bin hier der Millie. Was bist du? Der Nahkämpfer. Was bist du? Das kann ich doch blöd, wenn du zu mir kommt. Du hast das zuerst geschossen. Neuer Rundscher gegen geht. So weiter geht. Wir müssen, 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 müssen. Triple Krumm. Dio Krumm. Dio Krumm. Dio Krumm. Dio Krumm. Dio Krumm. Dio Krumm. Das ist echt. Das ist echt geil. Ach, das gehört zu einer Quest. Das sind Assistenten, die müssen wir befreien hier. Ja? Komm, hier das mal� man verspinnen machen. 1 aber können das ist gut wenn man springt dass das Volk aus es ist bewegt dann gut er ich kann auch ja aber mir ist geiler aus weil ich ja noch kämpfe dabei ich habe die Besieger gehalten jetzt auch 33 sekunden haben wir noch da sind wieder spinnen so ja es so cool nicht schon cool egal dass das Spinnen hinter dir sind die Gäste legen Köln praktischen Wort der Köln aus der Stiftung nicht bestanden Wackmann zerstörte Spinneneier ganz wenig Spinneneinstellen so scheiße da haben wir noch zwei Minuten für die Eier da ist man dieses Scheiß-Eier finden hier und sind wir wahrscheinlich und runter jetzt mal auf aufmunten Ich weiß nicht, wo steht da? Spinnenvernichtung. Eliminiere Giftbildingsspinnen. Nee, das ist weg. Obst du das? Eierstämpfer. Eierstämpfer. Das wird auf der Karte hier am 2. Ich glaube, das sind irgendwie diese hellen Eier. Aber ich weiß nicht, wie man die kaputt kriegen sollte. Scheiße. Ich kann ja nicht anklicken. Man hört ja auch so Geräusche. Vielleicht muss man einen AOE-Schaden machen oder so. Keine Ahnung. Aber die kann man ja nicht mal anbieten. Ich glaube, das werden wir auch nicht. Wo soll er sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich sehe ja nichts hier. Eben gerade als diese andere Herausforderung noch lief, da hast du noch so eine eingebogene Leute gehabt hier so. Äh. Vielleicht muss man es nicht mehr sehen, Alter. Wenn ich auf Spinnenvernichtung klicke, dann steht hier... ...irgendwas 311 Meter oder so. Stand jedenfalls gerade noch da. Ups. Jetzt steht es genau hier. Ja, die Spinnen weghauen kann ja nicht sein, ey. Ne, ich glaube, das wird auch nichts. Weil wir das einfach nicht verstehen hier. Weil wir geholt sind. Wir sind Hohlbratzen. Ja, wir sind ja neu auch, ne? Das ist keine Entschuldigung. Man kann ja trotzdem Co-Gammer sein. Super. Das macht Laune, ey? Ja. Du sagst irgendwas mit zwei Minuten. Bei mir läuft gar nichts mehr mit zwei Minuten. Ne, es ist vorbei. Beide Herausforderungen sind nicht bestanden. Kann man die Scheiße abbrechen hier? Lass mal das andere machen. Das andere? Irgendwas ist hier giftige Absichten abgeschlossen. Hab ich nicht. Ach, giftige Absichten, ja. Ist egal, wir haben hier noch eine. Das ist Geschichte des Gebietes. Ach so. Ist man das anklicken und dann fährt man da hingehört irgendwie? Ja, muss aber alles. Wird ungefähr drei Sekunden angezeigt und dann muss man nochmal aufklicken. Dann zeigte die Entfernung an und mit falschen, wo es hingeht. Ist egal. Soldatenmission freigeschaltet. Wie bei mir jetzt. Bist du? Auch das ist die Umrunde. Ich habe irgendwie eine Soldatenmission. Ja, ich auch. Ja, wir wollen das Zeug hier. Wie sind die, du bist? Hier vorne gleich. Schenke. Schenke nicht mehr. Das ist wieder eine Herausforderung. Oh ja. Oh, ich bin schon wieder Unmeng-Quest. Hm, lecker. Das ist wieder was. Was? Das ist wieder was. Der hat tausend Ausrufezeichen über den Kopf. Hm. Ist das, was du machst? Keine Ahnung, klick einfach alles an. Wir nehmen nur fünf Minuten. Ach so. Ich glaube, da wird so viel angezeigt, weil die Theorie zu so viel Dings da haben. Also die gehören... Da kriegt man wahrscheinlich mehrere Sachen raus. Deswegen sind da drei verschiedene. Äh, muss da auch mal was hier? Ja, ich bin doch dabei. Ich klicke alles an, ich kämpfe. Plus ein Ruhm. Schlemmiges Käferfleisch. Hier sind... Oh, Narbenhäut, Kriegshäuptling. Der 1000 Leben. Der ist schon aggro. Gleich am Anfang war der aggro. So, hier kann man alles über die Zelte anbieten. Sacken, deine Fresse. Kann man? Vorsicht, Stufe! Bin aufgestiegen. Neue Klassenfähigkeit. Wirklich schön. Set benutzen, was ist ein Set benutzen? Fünfter Platz freigeschaltet. Für irgendwas. Ja, ich muss es bekommen. Billige Ohrringe? Ne, das war es nicht. Mein Diebel der Spinnenkönigin. Dieser Gegenstand startet ein Quest auf Stufe 1. Die Herausforderung läuft, ne? Ja, ich will mir schnell hier... Ja, ich will mir schnell hier... Das ist so... Gegenstand an, nicht binden. Ne, das ist jetzt mal. Äh... Ich hab auch jetzt... Naja. Ich bin mit Chris aufgeschlossen. Dreck und die Diebe. Dreck. Taktische Zerstörung, weil du dich da beschäftigt hast und dich gekämpft habe. Ja, 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 ja. Ja, so ist das. Oh, guck mal, das ist ja mal geil. Kannst du sie sehen? Ja, hast du das gemacht? Ja! Wirbelsturm heißt das. Wirbelsturm heißt das. Ich geh zu. Ich geh zu. Und das Ding. Ich sag' du, du bist. Double kill. Ach, guck doch auf die Karte, dann siehst du doch mal ein Ding. Aber wahrscheinlich bist du weiter von mir entfernt als... Nee, als ich die die. Als ich hier habe. Natürlich. nicht nun bei dich mit in der Schnauze stimmte überhaupt nicht Köln wo man kann hier hochgehen ja ich brauche und nein zack zack wie die klinische Energie nicht dort 50 Prozent 69 ein bisschen gerechnet dein Inventar ist voll, ich kann nichts mehr einsam machen nötig scheiße so, jetzt hab ich so ein Zelt angefackelt hier oh, das wär gut für mich, ich muss irgendwas hier ja nimm, das weiß ich, ich das, äh, ich ne macht Gier, du nimmst Stau, ich brauch das nicht warte mal herausforderung nicht bestanden ja, nicht bestanden also, Blätter ah, ok ja, was ich hab so'n Rucksack bekommen und da stand dann erweitert dein Inventar hm, warte, ich muss auch mal schocken schauen, weil so'n vier Plätze verschein' man dazwischen hm, kommt's auch ja, ging's dann an da ist hier viel los, ne hm ich glaub, du bist angegewohnt, kann das sein ja der Königin aus Mal geschaut ich hab ne Christ in der Tasche gehabt ja, ich hab auch noch eine ich geb mal drauf ja, genau dasselbe so, fertig so, jetzt wollte ich aber noch kurz was gucken äh, P ich hab noch irgend so'n Anhänger drin gehabt ich hab doch noch so'n Anhänger gehabt, ne Implantat ich hab'n Implantat warte mal Warte mal Gegenstand an nicht binden geil, ich hab'n Implantat jetzt drin schön dein Inventar befindet sich ein besonderer Gegenstand drücke T um dein Inventar zu öffnen benutze den Gegenstand mit hm ach so, hab' ich ja schon gemacht heute was ist das wir müssen mal gucken, wo man dann die Sachen verkaufen kann und was man damit machen muss mit den ganzen Gegenständen ja, irgendwo muss man die verkaufen, ja oder man kann die man kriegt doch noch Beruf oder man kann doch noch einen Beruf auswählen wahrscheinlich kann man die irgendwie ja, auseinandernehmen, so weißt du hm hm klicken, um die Materialtasche zu öffnen ach so wir haben noch eine Materialtasche das sind Sachen zum Kochen zur Wohnenherstellung cool mhm mhm wenn du deine Taschen ausrüstel hättest du zusätzlich einen Inventarplatz was du mir gibst du in der Frage also klar ich schiebe mir das im Moment nochmal hin hier äh äh heute schon mit Tee also ich hab' hier zwei Kreis abgeschlossen stemmiges Käferfleisch ähm ähm ja, ne jetzt hat sie mir den schon wieder weg im Kult hier wieso Köln? wir denn? ich bin hier, weil Routes du stehst auf alles hier so gube zu oh, ne ich bin nur irgendeine Queste oder ist die schon fertig hier ist noch was, hier war da noch was ja, ich hab' hier noch eine andere taktische Zerstörung ich weiß, das hab' ich nicht so hab' ich das nicht hä? weiß ich doch nicht, man bitte immer so mach einfach mit jetzt hier ist was, das ist ja oh fuck off ja boah alter verteid ja komm jetzt her alter halt doch mal den Rand hier ich musste auch erstmal was machen die müssen das verteidigen, glaub ich du musst diese Zivilisten gegen den kommenden Angriff abschirmen Soldat haltet die Stellung ich glaub da vorne liegt mein Lund, schießt einfach alles weg, du hast auch viel mehr Reichweite die Macht des Dominions piu 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 hast du was gesehen? hat du das chill mal, ey oh, das war's oder wie? ich weiß nicht, ich hab' die ich weiß nicht, ich hab' die ich weiß nicht abgeschlossen, der Königin aufs Maul geschaut und gibt die Absichten Pech und Schwefel taktische Zerstörung zerstöre die Flugabwehrkanonen das ist jetzt wieder so vorne Feuer und Schwefel jetzt machen wir erstmal meins hier ja, wie immer er grüß dich bis ah, ich guck mal hier nicht auf'n Ding ich pull die einfach alle ne, ich muss hier ja, dann pull mal, dann sehen wir zu ich muss hier wenn du mal klar kommst ah, mir fällt auf, je länger ich kämpfe, desto länger also desto mehr Energie habe ich auch für das Ding für diesen, äh, ansturm da so, jetzt, ich muss hier rüber da kann ich mal hier ein Zelt niederbrennen warte, die ist jetzt fertig, Engel jetzt habe ich noch eine Flugabwehrkanonen zerstören er hat auch eine ist hier oben irgendwo hier oben warte ist sag ja, ich muss irgendwo da nach oben da irgendwie so eine Flugabwehrkanone da wegkauen, ne muss ich mal eben gleich gucken da muss ich mal eben gleich gucken